So, alles geschafft für heute. Ja, jetzt war ich nach Drehschluss noch schnell einkaufen bei Aldi. Alles vorbereiten für Weihnachten. Aber ich war nicht allein, sondern mit meinem Partner in Crime. Kai Karotte. Hallo Freunde. Ja, wie einige von euch schon richtig herausgehört haben. Ich freue mich sehr, diesem süßen Kollegen da hinten in der neuen Aldi-Weihnachtskampagne meine Stimme leihen zu dürfen. Und Kai und ich wünschen euch jetzt... Fröhliche Weihnachten. Ja, fröhliche Weihnachten. Aber vor allem eine sichere Zeit für euch und eure Lieben. Passt auf euch auf. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Bis bald.